Netflix hat mir diese Woche einen Riesengefallen getan. Sie haben endlich diesen Knopf eingeführt, mit dem man die automatische Vorschau ausmachen kann. Ich bin so, so dankbar. Was ihr jetzt auf Netflix gucken könnt, verraten wir euch hier. Hi zusammen, das ist Fufis Film und Fernsehen in Serie von Film.tv mit einem kleinen Serientipp von mir. Vielleicht ein Geheimtipp, obwohl Netflix das ganze Ding ganz gut promotet hat. Ragnarök. Ich habe mir die erste Staffel gerade angeguckt und zwar direkt im Anschluss an Vikings, weil ich gedacht habe, passt ja ganz gut. Es soll ja angeblich auch um den Wikingergott Thor gehen und Riesen sollen eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Das tut es auch. Es spielen keine bekannten Gesichter mit. Das Ganze ist eine dänische Serie. Der Hauptdarsteller sieht so ein bisschen aus wie einer der Assis von New Kids. Ich weiß nicht, ob ihr diese Kinofilme kennt. Naja, auf jeden Fall hat die Serie mega viel Spaß gemacht. Ich habe mir kaum was darunter vorstellen können. Ich habe gedacht, diese Bilder in der Vorschau, das sieht ja doch irgendwie relativ billig aus. Die Story hat mich aber sofort gekriegt, denn es geht tatsächlich nicht nur um Wikingergötter, sondern um Umweltschutz, um Akzeptanz. Und auch wenn das jetzt ein bisschen trocken klingt, die haben das richtig gut rübergebracht. Sechs Folgen hat die erste Staffel, eine zweite wurde bis jetzt noch nicht bestellt. Dafür sind wir verantwortlich, denn das wird Netflix nur tun, wenn genug Leute das Ding streamen. Also gucken, klickt euch rein, ist mein Tipp der Woche. Ragnarök solltet ihr euch angucken.